Wir fahren jetzt wieder in einem Prost-Tour und heute sind wir bei dem Kerstatter-Wasser. Was sagst du dafür zu sagen? Hi! Und da ist die Christina und Maya. Das ist halt immer die Augen. Und heute fahren wir die... was heißt die? Ja. Gange! Wacke! Wacke! Leute, jetzt geht's ab. Wir gehen gleich. Vielleicht machst du das Video besser. Wir wissen nicht, wie schlimm das ist. Ja. Am sich also richtig. Los! Es ist extrem geil, Jungs! Hey Leute, ich hoffe, wer ist zurück. Ich? Ja, genau. Ich habe es überlebt. Und es war einfach. Genau, es war einfach. Genau, es war einfach. Und jetzt, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt zu Breakdance. Wir machen jetzt Breakdance, ja. Und dann schauen wir, wie das aussieht. Bis später. Ja, und es geht ab, Leute. Jetzt fahren Maya und Christina die... Äh, Zirkus, Zirkus. Zirkus, Zirkus. Und ich und Noah, wer war das denn? Weil das Nestlisch ist. Und die Kinder. Zirkus, Zirkus. Zirkus, Zirkus. Zirkus, Zirkus. Zirkus, Zirkus. Zirkus, Zirkus. Und ist irgendwo jetzt da? Ich weiß nicht wo. Ey, wohin. Ah ja, da. Ja, genau. Jetzt wechselt man sich. Nein, ich habe das Gefühl. Das ist alles. Das ist der Bremse. Nur ein Kiel. Ja, das ist der Bremse. Das ist alles. Es ist das Gefühl. Das ist die Bremse. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, das ist das Gefühl. Okay. Ich habe das Gefühl, das ist das Gefühl. Das merkt man gar nicht! Ist tot, ist tot, ist tot hier! Ich höre langsam, dass Christina ausschlägt. Jetzt fahr ich mit Transformers. Etwa Transformers mit Christina. Und die fahren. Die haben Schiss drauf. Ja, genau. Ich bin super. Ich kann doch gar nicht mehr strenieren. Aber auf der Seite geht, sitzen Pink ja float. Wenn es so angenehm ist, mach ich das schön noch ein. Ich muss jetzt so ein Selfie machen. Ja, Sie brauchen den Bügel nicht so krampfer festhalten. Wenn der aufgeht, den auch. Dann machen Sie nix mit. Langsam, gaaanz der Bügel. So, und weil genau das so angenehm ist, mach ich das schön noch ein. Ich muss jetzt so ein Selfie machen. Also, vorgestern noch so. Komm, mach ich jetzt, machst du die Heizung schon an mir. Was? Das war geil. Es ist geil. Drei Jahre lang für Ausbildung. Oh, fuck. Hey Leute, was ihr da habt, werst du wieder da? Lass ab, ich glaub. Du musst dich so kitzeln, wenn der da so kommt. Wir machen jetzt Rang, Rang. Wie ist das jetzt? Geisterbahn. Geisterbahn. Und das ist auf dem Hochhausland. Oh nein. Und ja, wir haben uns jetzt schauen, wie die Chance dazu reicht. Oh, fuck. Und jetzt geht's los. Nice. Ah, mein Kopf war fast. Ja, warum ist das? Mama gesagt, ich will. Ich werde nicht stirbt. Und jetzt war es gleich gestürzt. Pustel, Pustel, Pustel. Und jetzt geht's los. Video von heute. Wir gehen jetzt nach Hause. Glaub ich. Weiß noch nicht, wo wir hingehen. Okay, wir machen jetzt. Das ist mir wichtig. Ich helfe jetzt. Meine Stimme ist weg und ich kann nicht so laut reden. Du redest die ganze Zeit mit so einem Bein. Nein, ich mag jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, wie spät ist. Vielleicht kann mein Vater mitnehmen. Vielleicht. Das war mit dem Video für heute. Ich hoffe, das gefällt euch. Und ja.